Jo Leute, was geht? Mal aus der Video. Ganz kurz vorab wollte ich noch ganz kurz an die Glockenfunktion von YouTube erinnern, denn wenn ihr diese Glock aktiviert, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein YouTube-Video uploade und dann verpasst ihr einfach so gut wie gar nichts mehr. Vielen Dank natürlich und wenn ihr neu seid, könnt ihr natürlich auch den Kanal abonnieren. Bis dann und viel Spaß beim Video. Das sind alle drei von Aaron. Ich bin eigentlich genau unter der Seite. Bis dann. 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 Kann man das wissen? Nee, okay. Warum? Oh mein Gott. So traurig, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann.